einmal so jetzt sind alle da so jetzt gut da startet ich muss den ganz kurz zum aufschreiben also kann ich so nicht was ich mag ganz schnell und 1a team 1 hat gewonnen das reicht schon mal gucken wer später gewinnt das war natürlich geil jetzt also richtig nice anzusehen so jetzt geht auch weiter rückrunde dieses mein blauen team hanimani und razer gegen im roten team alex und verguna zeit für den angriff das sieht gut aus ausgespielt und der geben die noch eine bessere vorlage was aber nicht da fahren mit rocket league auf jeden fall also ich finde gerade das game ist richtig gut auch zum stream jetzt gerade solche live events always vorbei schade der sah gut aus im ansatz da hat hanimani geklärt ich muss mal auf anderen seite das sieht sieht man hier rum besser und drüber weg c2 als torschuss leider nicht reingegangen soll jetzt noch mal gucken angriff ist noch da da jetzt einfach ein fliegen und nein hanimani hat geklärt super doppelter bicycle hit zweimal da sieht man also skill ist auf jeden fall vorhanden zack und abgewehrt laser kommt always macht den macht er der mittig er macht der mittig jetzt fehlt nur noch alex hat geklärt das war richtig richtig knapp jetzt konnte ganz knapp das zählt wieder als ganz parade das war wirklich knapp die teams können sich nichts so kronos ist da hallo schön dass du da bist es ist spannend die erste runde haben das oder das jetzige orange team gewonnen mal gucken wie es jetzt andersrum läuft jetzt wird gefaltet alex im tor daneben aber jetzt kann danach schießen das war knapp laser hat schön gesaved jetzt hilft hanimani jetzt ist konter zeit für ein konter es ist niemand im tor noch nicht aber jetzt jetzt steht einem tor nichtsdestotrotz vielleicht ein schön angriff vielleicht sehen wir jetzt ein nein weg gehauen aber ist noch nicht erst nicht frisch und er geht direkt rein laser macht erst mal einen fetten schuss aufs tor das sehen wir noch mal da sehen wir weggeworfen da dachte man es wäre fertig laser schön von der seite keiner war da was sollten die dagegen machen die hätten noch einen dritten mann haben müssen war auf jeden fall nice jetzt beide gegeneinander gefahren beide sind einfach nur fast auf die fresse geflogen dadurch wir gucken jetzt kommt er hier hoch und jetzt gucken wir mal weiter raus aus dem tor und bam abgewehrt mal gucken ob er gegen gegen abwehrung abwehr wurde abwehrt mal gucken und richtung tor nein nebenher jetzt mal gucken das könnte ja jetzt ein konter werden okay die beiden haben sich auch für ein konter eingestellt aber da das so schlecht angenommen wurde naja abgebrochen der konter jetzt schön zur seite das war fies da wäre keiner hingekommen in die ecke zumindest nicht so schnell aber beide haben wahrscheinlich gedacht brauchen wir nicht hier so einen stress machen der geht eh nicht rein vorbeigespielt und er geht rein das war geil da müssen wir ein stück näher gehen das gucken wir uns noch mal an zack ganz leicht gespielt laser teams war behindert hat nicht gereicht er konnte nur springen und schießen oh mein gott das war ein geiles tor so bämm auf der anderen seite es steht jetzt wieder 1 1 ausgeglichen zack abgewehrt fliegt ein bisschen in die mitte jetzt auf der anderen seite das könnte ein tor geben man muss nur richtig fliegen nur richtig fliegen ab gewährt schön weggebox von alex aber er geht rein er geht rein aber das war knapp das müssen wir mal angucken dann müsste so ein stück mehr ran wir sehen jetzt beim rückwärts und jetzt ganz knapp das war sehr knapp auf jeden fall wieder beide alex wieder first hit und der ball hat sich fast gar nicht bewegt das ist manchmal normal mal gucken ob er jetzt trifft schön vorbeigefahren jetzt war das war die falsche richtung noch mal in die richtung an alle vorbeigespielt alle beide vorbeigeflogen und schade das war kein tor dass das wäre natürlich geil kommen jetzt konnte er muss nur noch treffen abgewehrt aber hannimann die noch da kann ihn noch ein denken woher kann ich einen der macht ein tor leider war kein antwort da gibt es natürlich sofort eine strafe dafür da sieht man noch mal erz versucht und es war keiner da da hilft auch kein heiligen schein auf dem dach und wieder nächste runde sehr emotionale spiel auf jeden fall jetzt steht schon 31 für blau das war bitter da machen sie den deckel drauf das ist nicht geil hoch was willst du dagegen machen und dann noch ausgespielt war gut dann noch eine rückwärts parade versucht hat nicht geklappt das ist schade so ein tor muss nicht sein jetzt schön in die richtung aber abgewehrt das wäre nämlich ziemlich gefährlich gekommen so jetzt in die andere in die eine richtung hat nicht gereicht gerade noch abgewehrt wo es aber da was er wollte den natürlich jetzt noch schnell rein lupfen da in dem in dem komischen vier gegen was man tor nennt in in abgewehrt obendrüber nicht drin so jetzt aber auf weg dahin und beim 51 da ist die motivation dass glaube ich hin die anderen haben sich vielleicht auch einfach gut auf die gegner eingestellt jetzt es sieht nämlich ziemlich bitter aus so kronos hatte gerade geschrieben würde ich mitspielen würde würde ich mitspielen würde mein team verlieren hab das zwar schon lange bin aber voller noob darin ich glaube sowieso dass nicht ganz so viele ganz so viele da richtig gut drin sind und er liegt auf dem boden gewinner team blau was übersetzt bedeutet team 2 hat gewonnen runde 1 b team 2 bm hmm